So, wir sind grad ein bisschen weitergekommen. Also, naja, was heißt weitergekommen? Wir haben diesen dämlichen Kompass gefunden, der uns eigentlich gar nichts bringt. Das Herz, nehm mal mit. Ähm. Das Einzige, das jetzt weiterhelfen würde, wäre vielleicht ein Schlüssel. Aber so nett ist das Spiel dann auch wieder nicht. Ja, ist klar. Ich hatte echt die Hoffnung, dass ich weiter bin. Und ich wurde enttäuscht anscheinend. Weil hier ist genauso wenig wie da oben. Sieht zumindest danach aus. Ey, komm Leute, hier muss doch irgendwas sein. Ja, ist klar. Hier ist der große Schlüssel, das war's. Ja, und hat schon wieder diese Scheiße erwischt. Hier müsste es irgendwo nach oben gehen. Das hat überhaupt keinen Sinn, die Kacke. Oder nach links vielleicht. Und mal ehrlich, hat irgendjemand einen Gang nach links gesehen? Ich nicht. Oh Mann, wie nervig. Es gibt ja keinen geheimen Gang, oder? Also wo man jetzt nochmal rein kann. So wie im Waldtempel. Toll. Planlos im Kakariko-Tempel. Boah. Boah. Ja. Was hier denn schön ist. Gar nichts. Okay, ich mag den Tempel nicht. Ich glaube, es ist derweil allen klar. Alter, ist das ein Witz. Es muss eigentlich da oben weitergehen. Das ist die einzige Möglichkeit, die noch bleibt. Wir haben gerade alles durchgesucht und da ist nichts. Es muss hier weitergehen. Hier muss es irgendwie durchgehen. So vielleicht? Nee. Von links muss man kommen. Also muss hier irgendwas sein. Es gibt eigentlich nur zwei Items, die uns weiterhelfen können. Das ist einmal der große Schlüssel, den ich nicht kriegen werde wahrscheinlich. Und zum zweiten, da würde ich gerne reingehen, vielleicht hat der große Schlüssel. Ja, und zum zweiten einmal, gar nichts. Eigentlich ist es nur, der große Schlüssel, der uns weiterhilft. Wir müssen irgendwie nach rechts. Rechts runter und dann da hoch. Okay. Also gehen wir jetzt hier lang. Dann runter. Und dann muss jetzt ein Gang nach links sein. Sonst wäre das Spiel ja nicht symmetrisch. Ja. Hier. Okay. Was kriegen wir jetzt hier? Ja. Der große Schlüssel. Echt, ich fasse es nicht. Okay. Wir kriegen echt den großen Schlüssel so früh. Naja, gut. Und wo war jetzt die dämmliche Tür? Das ist echt keine leichte Geburt heute. Alter, Mann. Okay. Wir sind weiter. Ein kleines bisschen zumindest. Gab es denn nicht sogar eine Feenquelle irgendwo? Was war hier denn schönes? Ja, okay. Wir haben einen Schlüssel. Für diese Tür hier. Jetzt sind wir endlich... Okay, man kommt auch von anderen Leuten rein. Alles klar. Bomben. Was wollen wir denn mit Bomben? Eine Feen wäre ganz nett. Boah. Ähm. Ich spare mir einfach mal den Gang nach oben. Ja, der Tempel hat sehr viel mit Energie verlieren zu tun. freundlich. Freundlich. Muha. Komm her. Bitte, komm her. Seine brave Fee. Bitte. Bitte. Verficktes Spiel, Mann. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Oh, Mann. Nein. Leute, da war eine Fee und ich hab sie nicht bekommen. Komm her. Ja, was kann denn noch richtig sein? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal, wenn es mal so einfach gewesen wäre, ne? Ob die Fee wieder da ist? Wäre schön, aber glaube ich nicht. Das war eigentlich die einzige, die wir nicht bekommen haben. Nee. Hm. Ah, ne Truhe. Alter, ne. Bomben. Okay, das ist logisch, was wir hier machen müssen. Wir müssen definitiv die Bombe da drauf werfen. Damit das Licht in den Unterraum kommt. Aber. Hm. Okay, eine Tür gab's ja noch. Noch ist nichts verloren. Ich hab echt den Drang, die zu überprüfen, ob diese scheiß Fee wiedergekommen ist. Ich möchte das jetzt wissen. Das wäre ja sehr schön. Ah, sie ist nicht wiedergekommen. Na ja, kann man nichts machen. Okay, wir müssen definitiv diesen scheiß Scheider aktivieren. Aua. Wie, 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 wie. Ja, das war unsere Fee. Eine Feine ist es. Aua. Keine Sorge, ich werde, bevor ich hier am Verlieren bin, mir ein paar Feen zulegen. Also ich werde echt nicht Game Over gehen hier. Tja, links oder? Ja, wie freundlich. Eine Falle. Toll. Ja, Leute. Hier geht's im nächsten Part weiter.